Also hallo, mein Name ist Hildegard Beiersdorfer, bin 64 Jahre alt und bin seit April 2002 bei der Firma Bärpo. Und bin zur Zeit im Verkauf und in der Beratung. Ich bin zu Bärpo gekommen und zwar durch den Henry Botnik. Und da habe ich ihn einfach gefragt, weil ich gehört habe, dass er Leute sucht, ob ich mich bewerben kann. Und da hat er gesagt, selbstverständlich, stell dich ein. Das war unser Bewerbungsgespräch. Mehr war nicht. Bogenschießen bedeutet für mich, sein Ziel zu erreichen, freimachen, indem man Herz-Lunge öffnet. Das ist auch ein ganz großer Punkt, was mir damals sehr gut gefallen hat. Und dass man mit Leuten zusammen ist und verschiedenen Leuten, nicht nur, sag ich mal, die in der Bogenszene schon sind, sondern auch Anfänger mit denen, dass man ihnen das weitergeben kann. Ich freue mich auf die Kunden, auf die Beratung, dass ich den Kunden etwas beibringen kann, freue ich mich. Dann ist es das Team. Es ist ein junges Team geworden. Früher waren noch etwas, sag ich mal, Ältere noch dabei. Ich bin ja momentan schon die Seniorin. Und dann ist es halt, der Kontakt mit den Kunden ist hauptsächlich, das freut mich immer wieder. Pfeile zu bauen kann, es ist sehr schön, was man gerne macht, was ich gerne mache. Von Anfang an hätte ich gerne gewusst, welches Zuggewicht zu mir passt, weil jeder hat einen anderen Auszug und der muss gemessen werden. Und dann muss man auch testen, hierher zu kommen. Das ist eigentlich das Beste, den Bogen auszuprobieren, welches Zuggewicht passt zu mir. Viele wollen ja immer ein höheres Zuggewicht, aber das ist nicht Sinn der Sache, sondern man braucht erst einmal ein niedriges, indem man ein sauberes Tee schießt und dass man sauber dasteht, dass man lernt, wie man öffnet. Das ist auch ganz wichtig. Das sind alles so Sachen, wo man wirklich beim Bogenschießen wissen muss. Also momentan werden am meisten Carbonpfeile gekauft. Da der Carbonpfeil sehr stabil ist, leicht und schnell. Er ist auch leicht zu befiedern und leicht zu bearbeiten. Beim Pfeilbau muss man darauf achten, dass der Pfeil immer oder der Schaft immer sauber ist. Der muss mit Aceton oder Spiritus sauber gemacht werden. Dann braucht man ein Klebeband. Man muss halt alle seine Sachen vorbereiten und dann kann man das alles super machen. So, liebe Leute, ich bin ja die Hilde, wie ihr alle wisst. Ich bin noch bis September da und dann gehe ich in den Ruhestand. Wer noch gerne von mir mal beraten werden möchte, ist herzlich willkommen. Dann bin ich auch bereit für euch da zu sein. Wenn mich mal wirklich gut gegangen ist, để mich beillahirrt an. Vielen Dank.